Guten Tag meine Damen und Herren, und sagen Sie erneut die Grüße einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, das vielleicht für einige überraschend kommen mag, die ein wenig von dem sogenannten Millennium verstehen, also von der Tatsache, dass Gott hier auf Erden herrschen wird, dass Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, dass er zurückkommen wird auf diese Erde, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und wir haben ja immer gehört, und auch richtigerweise, dass das Millennium ein Millennium des Friedens ist und dass grundsätzlich keine Kriege geführt werden während dieser Zeit der tausend Jahre, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Aber, wie uns die Bibel zeigt, gibt es doch einige Ausnahmen. Und es ist wichtig zu begreifen, warum es diese Ausnahmen gibt. Denn sie haben eine direkte Verbindung zu uns heute. Ich hatte ja vor zwei Wochen eine Predigt gegeben über Satan. Und die Tatsache, wie Satan in unserem Leben wirkt. Und die Tatsache, dass wir eigentlich eine menschliche Natur haben, die richtig betitelt die Natur Satans ist. Denn es war Satan, der uns diese Natur gegeben hat. Wir haben sie übernommen von ihm. Wir haben seine Gelüste in uns aufgenommen. Und sind dann groß geworden mit Ideen, Philosophien, Taten, Gedanken, die von Satan kommen. Dies wurde unsere menschliche Natur. Aber sie ist eigentlich Satans Natur. Und schauen Sie, diese menschliche Natur, die wird nicht automatisch, wenn Christus zurückkommt, innerhalb einer Sekunde vernichtet werden. Die ist nach wie vor da. Die muss überwunden werden. Auch heute müssen wir bereits unsere menschliche Natur überwinden, unabhängig von den Einflüsterungen Satans. Die kommen dann noch hinzu. Und die Ideen, die von der Welt um uns herum an uns herangebracht werden. Wir wissen, dass wenn Christus zurückkommt, Satan für tausend Jahre während des Millenniums in einem Abgrund, wie es heißt, in einem Gefängnis, in einem Abyss sein wird. Er wird nicht mehr in der Lage sein, für diese Zeit hinweg die Menschen zu verführen. Das bedeutet nun aber nicht, dass wenn Christus zurückkommt, Satan wird also jetzt weggeschickt, er kann die Menschen nicht mehr verführen, dass die menschliche Natur in den Menschen, die die schreckliche Zeit vor der Wiederkunft Christi überlebt haben, die jetzt weiter leben, dass diese menschliche Natur auf einmal aufhört zu existieren. Die besteht nach wie vor. Die muss nach wie vor überwunden werden. In der letzten Predigt über die Gefangenschaft oder das Ende der Gefangenschaft der Israeliten habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass die Bekehrung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen muss. Das gilt aber nicht nur für Israeliten, das gilt auch für andere Menschen, für alle Menschen. Denn Gott ist ja kein Gott, der sich lediglich um ein Volk bekümmert. Er bekümmert sich ja um alle Völker. Und alle Völker sollen ja letztlich unter Jesus Christus in Frieden und in Wohlstand leben im Millennium. Und dann auch während des großen weißen Throngerichtes, auf das wir dann noch in späteren Predigten zu sprechen kommen, was die Bedingungen sein werden, wenn das große weiße Throngericht hier auf Erden existiert. Aber schauen Sie, es geht darum, dass die menschliche Natur überwunden werden muss, besiegt werden muss. Selbst wenn Satan nicht mehr da ist, uns direkt zu verführen oder die Menschen direkt zu verführen, ist die menschliche Natur, die satanische Natur immer noch in denen, die ja groß geworden waren in der Gesellschaft, die von Satan inspiriert worden war, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und heute wollen wir uns einen Aspekt ansehen, wie Gott diesen Prozess in Gang bringen wird, für die Menschen, die eben, sagen wir einmal, noch nicht die Wahrheit erkannt hatten. Auch im Millennium noch nicht. Auch das bedeutet ja und gebraucht ja einen gewissen Zeitaufwand, um diese Bekehrung zu erreichen. Und so möchte ich jetzt mit Ezekiel, dem 38. Kapitel, beginnen. Angefangen in Versen 1 und 2. Und hier wird etwas sehr Interessantes gesagt, aber wie wir sehen werden, bezieht sich diese Stelle auf den Beginn des Millenniums. Sie bezieht sich nicht, wie einige heute uns weismachen wollen, auf eine Zeit vor die Wiederkunft Christi. Darauf kann sie sich nicht beziehen. Sie bezieht sich auch nicht auf eine Zeit, die tausend Jahre nach der Herrschaft Christi auf Erden existieren wird. Darauf kann sie sich auch nicht beziehen, wie wir sehen werden. Sie bezieht sich auf eine Zeit zu Beginn des Millenniums. So ungefähr innerhalb der ersten drei oder so Jahre nach der Wiederkunft Christi wird dies geschehen. Und schauen wir uns an, was hier gesagt wird. Ezekiel, Kapitel 38, die Verse 1 und 2. Das Herrenwort geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gok, der im Lande Magok ist, und der Fürst, beachten Sie, der Fürst von Rosh, Mechach und Tubal und Weissage gegen ihn. Also worum geht es hier? Es geht hier um Mächte, die wir gleich noch identifizieren werden. Es geht aber hauptsächlich hier um den Fürst von Rosh, den Fürst von Rosh, also einem menschlichen Führer. Dieser Fürst von Rosh wird hier näher angesprochen und gegen ihn soll Geweissagt werden, der Fürst von Rosh, Mechach und Tubal. Nun, Sie können sich eine andere Stelle anschauen, und das wollen wir kurz tun, in Ezekiel, Kapitel 28. Also hier geht es um Ezekiel, Kapitel 38, und behalten Sie Ihren Finger hier. Aber in Kapitel 28 von Ezekiel wird nämlich auch von einem Fürsten gesprochen, allerdings nicht ein anderer Fürst. Aber ich schlage die Stelle deshalb auf, um zu zeigen, dass die Bezeichnung Fürst sich auf einen menschlichen Herrscher bezieht, beziehen kann, der über gewisse Gegenden herrscht. Hier in Kapitel 28 lesen wir in Vers 2, Du Menschen kämst, sage dem Fürsten zu Tyros. Nun, dies ist auch hier eine endzeitliche Prophezeiung, die findet allerdings vor der Wiederkunft Christi statt. Und wenn Sie diese ganze Stelle hier in Ezekiel 28 lesen, dann werden Sie feststellen, dass es sich bei diesem Fürsten von Tyros um einen menschlichen Herrscher geht, der allerdings von dem König von Tyros, der nachher beginnend mit Vers 12 beschrieben wird, inspiriert wird. Und dieser König von Tyros ist kein anderer als Satan der Teufel. Luzifer, der zu Satan wurde. Aber hier geht es in Kapitel 28 und Vers 2 zunächst einmal um den menschlichen Führer. Und wenn Sie sich das alles anschauen, verstehen Sie, dass es hier um den falschen Propheten geht. Den Mann der Sünde, der auch im Thessalonikerbrief beschrieben wird, der von sich vorgibt, Gott zu sein. Der sich in den Tempel Gottes setzt, von sich vorgibt, Gott zu sein. Denn hier wird auch gesagt, in Vers 2 von Kapitel 28, weil sich dein Herz überhebt und spricht, ich bin ein Gott. Oder ich bin Gott. Während du doch ein Mensch bist, sagt Gott hier. Und dann wird mehr noch über diesen Fürsten von Tyros ausgesagt. Aber ich kehre jetzt zu Ezekiel 38 zurück, denn hier wird ja auch von einem Fürsten gesprochen, einem menschlichen Führer. In dem Sinne ist er immer noch in der Gewalt Satans, obwohl Satan jetzt nicht mehr da ist, die Menschen verführen zu können. Aber die Natur Satans ist nach wie vor in diesem Fürsten, der die große Trübsal, den Tag des Herrn überlebt hat. Der nach wie vor lebt in dieser Gegend, auf der wir jetzt zu sprechen kommen werden. Und der wird jetzt etwas tun. Der wird sich jetzt, weil diese Natur Satans nach wie vor in ihm ist, er wird sich gegen Gott auflehnen, wie er auch Satan sich gegen Gott aufgelehnt hatte. Vor vielleicht Millionen von Jahren, wir wissen nicht, wann der Aufstand Luzifers gegen Gott, der ja beschrieben wird in der Bibel, stattgefunden hat. Aber schauen wir uns an, wie es hier weitergeht. Gott in Kapitel 38 und jetzt in Vers 3. Sprich, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will an dich Gok. Schauen Sie, Gok, der du der Fürst bist von Rosch, Mesech und Tubal. Also dieser Gok ist scheinbar ein Name, der hier gegeben wird, für diesen Fürsten. Diesen Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal. Nun, das Wort Gok heißt so viel wie Hoch oder Berg. Wenn wir jetzt zu Vers 7 gehen, wir kehren leicht zu den anderen Versen zurück, würde ich hier kurz noch etwas über diesen Gok sagen. Vers 7. Wohl an, rüste dich gut, du und alle deine Heer, Haufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heer, Führer. Also dieser Gok, dieser Fürst, der ist scheinbar der Anführer dieser gesamten Armee, die jetzt hier beschrieben wird. Und er wird als Gok im Lande Magok beschrieben. Das hatten wir gerade gesehen, Vers 2. Das ist auch wichtig zu verstehen. Er ist also ein Führer über diese Armee, der aus dem Lande Magok kommt. Nun, wir müssen verstehen natürlich, wer Magok ist. Magok, eine Bezeichnung für die Mongolen oder im weiteren Sinne für China. Also dieser Führer ist in der Tat ein Heerführer, der aus China stammt. Er wird aber über diese ganzen Heere hier, diese ganzen Armeen herrschen. Er wird ihr Führer sein. Und wir werden sehen, dass eine Kombination, eine Konföderation stattfinden wird zwischen China und Russland und andere fernöstliche Staaten. Aber nicht nur fernöstliche Staaten. Lesen wir weiter. In Vers 4. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind, und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Vers 5. Du führst mit dir Perser. Das heutige Iran. Also die werden auch noch im Millennium existieren, zu Beginn dessen Millenniums und werden sich erneut wieder mit Russland verbünden, wie sie das heute bereits schon tun und getan haben, gegen, wie wir sehen werden, die Nachfahren des Hauses Israel und Judah. Und sie wissen ja hoffentlich, ich habe das mehrfach jetzt beschrieben, dass die Nachfahren des Hauses Judah natürlich den Staat Israel mit umfassen, aber es bezieht sich ganz allgemein auf die heutigen Juden. Aber das Haus Israel ist nicht jüdisch, war niemals jüdisch. Das sind heute die Nachfahren in Ländern wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und anderen englischsprachigen Ländern, die ursprünglich zu dem britischen Commonwealth gehört haben. Also du führst mit dir Perser, heißt es hier, Kushita, ein anderes Wort für Äthiopien. Kush in der Bibel bezeichnet Äthiopien. Und Libyen. Libyen. Auch das wird ein Land sein, das sich gegen die Nachfahren der Amerikaner, der Briten und so weiter verbünden wird mit den Russen und den Chinesen. Also der sogenannte hochgepräsen arabische Frühling, von dem wir so viel gehört haben, der wird sehr negative Auswirkungen haben für den Westen, für die westlichen Länder. Also dieser Gok, dieser Fürst von Rorsch, Mesich und Tubal, der aus dem Lande Magok kommt, der wird also alle diese Länder beherrschen, oder wird deren Führer sein. Dann alle, heißt es in Vers 5, die Schild und Helm tragen, dazu Goma, Vers 6, und sein ganzes Heer, die vom Hause Tugorma, die im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer, ja, du führst viele Völker mit dir. Schauen wir uns kurz diese Namen einmal näher an, und was sie heute bedeuten. Magok, habe ich schon gesagt, die Mongolen oder die Chinesen. Rorsch bedeutet so viel wie blond, und bezeichnet Russland, hauptsächlich Weißrussland. Mesch, eine andere Bezeichnung für Moskau, Tubal, eine andere Bezeichnung für Tubolks, Perser, natürlich Iran, Kushite, Äthiopien, Libyen, natürlich Libyen, Goma, Mongolia. Auch hier wiederum eine Bezeichnung für die fernöstlichen Länder, und dann noch Tugorma, was Sibirien bezeichnet. Also wir sehen hier eine Konfederation von fernöstlichen Ländern, und einige, die hier nicht erwähnt sind, wie zum Beispiel Japan, möglicherweise Indien, die werden auch mit dabei sein. Und dann aber auch Länder wie Äthiopien, Libyen und Iran. Lesen wir weiter in Vers 7. Wohan rüste dich gut, du und alle deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer, nach langer Zeit, Vers 8, sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen. Nun achten Sie ganz besonders, was hier gesagt wird. Zunächst einmal geht es um die, um das Ende der Zeiten. Nun, um die Endzeit. Aber die Endzeit muss ich nicht nur unbedingt auf den Zeitraum beziehen, kurz vor der Wiederkunft Christi. Er kann sich natürlich auch auf den Zeitpunkt beziehen, kurz nach der Wiederkunft Christi. Auch das ist ja mit Ende der Zeiten gemeint. Aber er kann sich wohl nicht auf eine Zeitspanne beziehen, die tausend Jahre nach der Wiederkunft Christi herrschen würden. Aber nach langer Zeit, heißt es in Vers 8, da sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, jetzt achten Sie darauf, dass dem Schwert entronnen ist, oder entrissen ist. Und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Wenn es hier heißt, nach langer Zeit wird dies geschehen, so kann das auch übersetzt werden mit in den letzten Jahren, wie ich sagte. Diese Heere hier, die werden ein Land zu erobern suchen, das verwüstet gewesen war, das aber jetzt nicht mehr verwüstet ist. Nun, wir hatten in der letzten Predigt bereits darauf hingewiesen, dass die Nachfragen des Hauses Israel und Judah in die Sklaverei gehen werden, vor der Wiederkunft Christi. Dass aber Christus nach seiner Wiederkunft diese versklavten Kriegsgefangenen aus der Sklaverei herausholen wird, um sie ins gelobte Land zu bringen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie im gelobten Land sind. Es muss klar nach der Wiederkunft Christi geschehen, aber, wie ich sagte, nicht allzu lange danach. Und wenn es heißt, dieses Land, wo sie dann sein werden, das war verwüstet, nun schauen wir uns einige Stellen an, die das näher beschreiben. Wie zum Beispiel, behalten Sie Ihren Finger hier in Ezekiel 38, wie zum Beispiel in Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6, und lesen wir die Verse 11 bis 13. Jesaja Kapitel 6 und die Verse 11 bis 13. Ich aber sprach, sagt Jesaja hier in Vers 11, Herr, wie lange? Wie lange soll es gehen, bis wir Wohlstand und Frieden haben werden? fragt er. Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Er spricht hier über die Nachfahren des Hauses Judah hier, im Besonderen, aber auch des Hauses Israel. Vers 13. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Einige werden gerettet werden, einige werden bekehrt werden, einige werden dann sogar letztendlich Teil werden der Gottfamilie. Aber zunächst einmal geht es um die Verwüstung, von der auch Ezekiel hier spricht. Schauen wir uns auch eine Stelle im Buch Zacharia an. Zacharia, Kapitel 7. Zacharia, Kapitel 7. Und lesen wir angefangen in Vers 4. Zacharia, Kapitel 7, angefangen in Vers 4. Da lesen wir, Und das Herrn Sebaot-Wort geschah zu mir. Sage allem Volk und Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt, im fünften und siebten Monat, diese siebzig Jahre lang, habt ihr dafür mich gefastet. Und das ist auch eine sehr gute Frage, die wir uns heute stellen können, wenn wir fasten. Warum fasten wir? Für wen oder was fasten wir? Fasten wir wirklich für Gott? Oder fasten wir für etwas anderes? Und wenn ich sage für Gott, bedeutet dies auch in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Es sagt hier in Zacharia, Kapitel 7, weiter gelesen jetzt in Vers 6. Und wenn ihr esst und trinkt, esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst. Ist nicht das, Vers 7, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte, samt seinen Städten ringsum, und Leute im Südland und im Hügelland wohnten, und des Herren Wort geschah zu Zacharia, dass der Herr Zebaoth sprach, richtet recht. Hier sehen wir jetzt einen Grund, warum Gott diese Schrecknisse über die Nachfahren des Hauses Israel und Judah zulassen wird. Weil die das nämlich damals nicht getan haben, weil sie es auch jetzt nicht tun. Richtet recht, sagt er hier, an jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Wie viel Güte, wie viel Barmherzigkeit finden wir heute? Ob es sich jetzt auf das Haus Israel und das Judah bezieht, oder ob es sich auf das die ganze Welt bezieht. Und ich möchte es hier jetzt auch auf Deutschland beziehen, auf Österreich, die Schweiz, alle deutschsprachigen Länder. Wie viel Güte und Barmherzigkeit finden wir dort? Tut nicht Unrecht den Witwen, Vers 10. Wenn ich die Zeitungen heute lese, über was so in Deutschland geschieht, da geschieht sehr viel Unrecht Witwen gegenüber. Solchen, die arm sind, die Unterstützung brauchen und sie nicht bekommen. Nun, ich weiß auch, dass es dafür Betrug geben mag von Gewissen, die also falsche Forderungen stellen. Aber ich gehe jetzt hier auf die richtigen Witwen ein, auf die richtigen Armen, auf diejenigen, die vielleicht ohne ihre Schuld in Armut gefallen sind und Hilfe brauchen und sie nicht bekommen. Tut nicht Unrecht den Witwen, Weisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Na, das ist ja etwas, was also absolut selten ist, dass man nicht etwas Arges in seinem Herzen gegen andere hat. Das Elf. Aber sie wollten nicht aufmerken. Wie auch heute die Menschen nicht aufmerken wollen. Die wollen ihre Wege gehen. Die wollen das tun, was sie wollen. Sie wollen so leben, wie sie es verrichtig halten. Und wenn sie dann Hass haben gegenüber ihren Mitmenschen, dann ist das in den Augen in Ordnung. Sie wollten nicht aufmerken und die kehrten mit den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Und machten ihre Herzen hart wie Diamant. Sind ihre Herzen hart wie Diamant? Gehören sie zu solchen, die die Weisung Gottes hören? Durch das Wort Gottes, durch die Bibel, durch seine Prediger, durch andere Geschwister, durch jemanden, der die Weisheit Gottes hat. Aber machen sie ihre Herzen hart wie Diamant, weil sie diese Weisungen nicht annehmen wollen. Weil sie nichts annehmen wollen. Weil sie alles bereits schon selbst in ihrem eigenen Denken entschieden haben. Weil sie nach wie vor die Natur Satans haben, die ihnen sagt, sie brauchen auf keine anderen Weisheiten Gottes zu hören. Sie verstehen das von selbst. Die machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebot durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Wie hat Gott damals den Menschen die Wahrheit beigebracht und nahegebracht? Durch seine Propheten, seine Diener. Wie tut er es heute? Genauso durch seine Diener. Aber die meisten Menschen heute, die wollen das Wort Gottes nicht hören. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebot gekommen und es ist so ergangen, Vers 13, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebot. Wenn sie heute Gottes Worte ablehnen, verleugnen, verleugnen, nicht hören wollen, dann werden sie in eine Situation gelangen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So sicher wie heute Abend die Sonne untergeht, wie morgen früh die Sonne aufgeht. Sie werden in große Schwierigkeiten gelangen. Das ist ganz automatisch, weil Gott, der vielleicht begonnen hatte, mit ihnen zu arbeiten, jetzt nicht mehr auf ihrer Seite ist. Und dann werden sie vielleicht bemerken, dass Gott nicht mehr auf ihrer Seite ist und dann werden sie vielleicht zu Gott beten, um Hilfe bitten, aber nach wie vor nicht bereit sein, das zu tun, was Gott ihnen sagt und dann wird Gott auch nicht auf sie hören. Und sie werden in ihrem Schlamassel sein und keine Hilfe von Gott erlangen, jedenfalls zunächst noch nicht. Achten sie auf meine Worte. Und es heißt hier in Vers 14, Darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten. Und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, sodass niemand mehr darin hin und her zog. So haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Schauen Sie, es ist klar und deutlich prophezeit, dass die herrlichen Ländereien der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien im nächsten weltweiten Krieg verwüstet werden. Die großen Städte Amerikas werden verwüstet werden. Städte wie San Francisco, New York, Los Angeles, wie sie alle heißen, Washington, D.C. Aber auch Israel, der Staat Israel wird verwüstet werden. Mit gewissen Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen. Und er wird zunächst einmal während der dreieinhalb Jahre der großen Trübsal wüst sein. Und davon spricht hier die Bibel. Davon spricht hier Hezekiel 38. Aber wenn Christus die Israeliten und die Juden aus der Gefangenschaft herausgeführt, ins gelobte Land zurückgebracht hat, dann wird die Wüste, die Verwüstung ein Ende haben. Wir lesen ja und werden noch lesen in zukünftigen Predigten, dass man beginnen wird, die Trümmer aufzubauen. Das hatten wir bereits auch schon in der letzten Predigt gesehen. Und so sehen wir hier, dass Hezekiel davon spricht, dass Gott diese Völker aus der Sklaverei gebracht hat, zu einem Land, das einmal verwüstet war, aber jetzt nicht mehr verwüstet ist. Und die leben jetzt in Sicherheit, wie wir gelesen haben in Vers 8. Die leben jetzt in Sicherheit. Aus der Sklaverei herausgeführt, aus den Völkern, in denen sie, oder zu denen sie jetzt getrieben worden waren, von denen sie gefangen genommen worden waren, herausgeführt, die leben jetzt in Sicherheit. Und dieser Gok aus dem Lande Magok, dieser Fürst von Rorsch, Mesich und Tubal und die ganzen anderen Armeen, die ihm jetzt folgen, die wollen jetzt dieses Land und diese Völker, die jetzt dort leben, in Sicherheit, überfallen. Warum? Nun lesen wir weiter, die Verse 9 und 10. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt, du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. So spricht Gott, der Herr, Vers 10, zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen und du wirst auf Böses sinnen. Dir werden Gedanken kommen. Nun, die kommen nicht mehr von Satan, weil Satan zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis sein wird. Er wird nicht mehr in der Lage sein, die Menschen zu verführen und gleichwohl kommen die Gedanken. Woher kommen die? Nun, schauen wir uns, behalten Sie Ihren Finger hier in Ezekiel 38, schauen wir uns eine Stelle in Ezekiel 28 an, und diesmal auf den König von Tyros bezogen, auf denjenigen, der Lucifer war, zu Satan wurde. Wodurch wurde er zu Satan? Von wem wurde er verführt? Nun, es gab niemanden, der ihn verführen konnte, er verführte sich selbst. Wodurch? Nun, Ezekiel 28 und Vers 17 sagt es uns. Ezekiel 28 und Vers 17, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Er ließ es zu, dass sich sein eigenes Herz erhob, weil er so schön war, weil er so wunderbar in einem herrlichen Zustand geschaffen worden war von Gott. Er war ja der strahlende Morgenstern, wie er genannt wird. aber er ließ es zu, dass jetzt Gedanken in ihm aufstiegen, die sagten, ich bin ja so wunderbar bereitet, ich müsste eigentlich mehr Macht haben, als die Macht, die ich habe. Und so lesen wir auch in Jesaja Kapitel 14 eine weitere Stelle, die von Satan spricht und von seinem Fall. Nun, viele sprechen heute von dem Fall des Menschen. Wussten Sie, dass die Bibel nirgendwo etwas von dem Fall des Menschen sagt? Der Mensch ist in dem Sinne gar nicht gefallen, weil Gott davon ausging, dass der Mensch sündigen könnte. Nun, er hat das möglicherweise auch im Hinblick auf Satan vorausgesehen, denn Satan, oder vielmehr Lucifer, war ja als ein Wesen erschaffen worden mit freier Entscheidungsgewalt. Aber es war Satan, der fiel von seiner Herrlichkeit und Christus sagt ja später, ich sah den Satan vom Himmel fallen, wie einen Blitz. Und hier lesen wir in Jesaja Kapitel 14 und in Vers 13 über diesen Fall Lucifers, als er zu Satan wurde. Jesaja 14 und Vers 13. Manchmal stellen uns Menschen die Frage, ja hat Gott einen Satan erschaffen? Die Antwort ist nein. Gott hat Lucifer erschaffen. Ein herrliches, vollkommenes Wesen. Das Abbild der Vollkommenheit. Ein herrlicher, schirmender Cherub, wie es heißt. Der Morgenstern. Aber Lucifer hat es erlaubt, dass falsche Gedanken in ihm aufstiegen und hat sich dadurch gegen Gott empört und er ist dadurch zu Satan geworden. Also Gott hat keineswegs Satan erschaffen. Satan hat sich selbst zu Satan gemacht, wenn sie es so bezeichnen wollen. in Jesaja Kapitel 14 und Vers 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen. Schauen Sie, er hatte Gedanken, wie auch dieser Fürst von Rosh, Messech und Tubal Gedanken haben wird. Du hast gedacht in deinem Herzen. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes die anderen Engel erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Satan wurde von niemandem verführt. Er hat sich selbst verführt, wenn man das so sagen will. Er hat erlaubt, dass falsche Gedanken in ihm aufstiegen. Jetzt kehren wir zu Ezekiel 38 zurück. Jetzt schauen wir uns diesen Fürsten Gok an aus dem Lande Magok, der Fürst über Rosh, Messech und Tubal. Was wird hier gesagt in Vers 10? Zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen und du wirst auf Böses sinnen. Schauen Sie, er hat nach wie vor die menschliche Natur, diese satanische Natur in ihm. Und die erlaubt es nun, dass wiederum böse Gedanken in ihm aufsteigen und er gibt sich denen hin, anstatt dass er sie überwindet. Schauen Sie, auch wir müssen nach wie vor unsere menschliche Natur überwinden, gegen sie ankämpfen und wie ich sagte, hinzu kommt noch, dass Satan jetzt noch aktiv dabei ist, uns zu verführen und seine Gelüste einzugeben. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht auf die Falle Satans hineintappen, in die hineintappen, in seine Grube, die er uns graben will, hineinfallen. Satan ist der brüllende Löwe, wie ich sagte. Die menschliche Natur, die haben wir nach wie vor, in jedem Falle, müssen wir sie überwinden. Schauen Sie, wenn wir getauft werden, wenn wir in das Wassergrab hineinsteigen, das ist ja symbolisch, dafür, dass unsere alte Persönlichkeit begraben wird. Wir sollen jetzt eine neue Kreatur, als ein neuer Mensch aus diesem Wassergrab heraufsteigen. Das bedeutet aber dann auch nicht, dass unsere menschliche Natur in dem Augenblick gestorben ist, die ist nach wie vor da, die müssen wir jetzt aber überwinden. Wir bekommen jetzt nämlich eine göttliche Natur dadurch, dass Gottes Geist in uns gegeben wird. Und Gottes Geist kann uns die Kraft geben, Satan und unsere Natur in uns zu überwinden. Wir müssen aber nach wie vor willig sein, Gott in uns wirken zu lassen nach der Taufe. Und wenn Anfeindungen kommen, wenn Versuchungen kommen, wenn Einflüsterungen kommen, wenn, sagen wir einmal, Versuchungen kommen, dann müssen wir begreifen, wo die herkommen. Die können von Satan kommen, die können aber auch aus unserer eigenen menschlichen Natur heraus kommen. Dass wir erlauben, in unserem eigenen Denken jetzt Böses zu ersinnen, wie das hier in diesem Falle mit dem Fürsten von Rorsch-mäßig und Tubal der Fall sein wird. Lesen wir weiter. In Vers 11. Das ist das, was er denken wird. Er wird denken, ich will das Land überfallen, das offen da liegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern da sitzen und haben weder Riegel noch Tore. Schauen Sie, das kann sich nicht auf eine Zeit beziehen vor der Wiederkunft Christi. Das ist absolut unmöglich. Weder der Staat Israel, ganz besonders nicht der Staat Israel heute, und auch Amerika und Großbritannien, die leben nicht so, wie hier beschrieben wird. Die leben keineswegs still und sicher. Die leben keineswegs ohne Mauern, ohne Riegel, ohne Tore. Die haben ihre Armeen, um sich zu verteidigen, gegen Terroristen zum Beispiel, auch möglicherweise gegen andere Feinde, oder die auch willens sind, diese Armeen einzusetzen, um gegen andere Länder vorzuziehen. Also das kann sich keineswegs auf die Zeit beziehen, kurz vor der Wiederkunft Christi. Es bezieht sich eindeutig auf eine Zeit nach der Wiederkunft Christi. Aber da jetzt betont wird, dass die aus den Völkern herausgeholt worden sind und dass die jetzt sicher wohnen, bezieht es sich offensichtlich auf einen Zeitpunkt zu Anfang, nicht zu Ende, des Millenniums. Es würde wenig Sinn machen, tausend Jahre später davon zu sprechen, dass Gott tausend Jahre zuvor die Menschen aus der Versklavung herausgeholt hat. Der zeitliche Zusammenhang ist das Herausholen aus der Versklavung, das Bringen in das gelobte Land und jetzt wird die Situation beschrieben, hier, wenn diese feindliche Armee kommt, um über das Land herzufallen. Es heißt, diese wollen gegen ein Volk kämpfen, das still oder friedlich und sicher lebt, ohne Mauern und Regeln. Nun, hier müssen wir uns einiges anschauen. Es geht nämlich um Mauern und Riegel, die Schutz geben sollen vor Feinden. Denn, lesen wir in Jesaja Kapitel 9, halten Sie Ihren Finger, in Ezekiel 38, Jesaja Kapitel 9 und lesen wir die Verse 4 bis 6. Jesaja Kapitel 9 und die Verse 4 bis 6. Da heißt es zunächst einmal, was Gott tun wird, wenn er zurückkommt. Eine Stelle, die wir alle kennen sollten, die wird sehr häufig, zum Beispiel, zur Weihnachtszeit gelesen, obwohl Weihnachten absolut gar nichts damit zu tun hat. Weihnachten, wie wir alle wissen sollten, ist ein heidnisches Fest, hat nie etwas mit der Geburt Christi zu tun gehabt, denn Christus ist ja keineswegs im Dezember geboren worden, aber ein heidnischer Sonnengott oder heidnische Sonnengötter wurden am 25. Dezember geboren. Sie hatten einen Baum, der angebetet wurde, einen Tannenbaum. Und man fand unter diesem Tannenbaum Geschenke am 24. und 25. Dezember. So, und als jetzt damals die sogenannte christliche Kirche, die katholische Kirche, diese Heiden, die ohnehin bereits an den Sonnengott glaubten, den Sonntag heiligten, Weihnachten heiligten, als die in die Kirche aufgenommen werden sollten, um das für die attraktiv zu machen, da hat man gesagt, jetzt nehmen wir einfach dieses heidnische Fest, dieses Weihnachtsfest, und wir interpretieren es jetzt um, indem wir es jetzt auf Christus beziehen und sagen einfach, also Christus ist jetzt am 25. Dezember geboren und deswegen sollten wir ihm dann Geschenke geben. Schauen Sie, das ist das, was die Bibel sagt, was Gott sagt, das wir absolut nicht tun dürfen. Das nennt man Synkretismus. Mit anderen Worten, man verbindet die Anbetung Gottes mit heidnischen Praktiken. Gott sagte den Israeliten im Alten Testament, ihr solltet noch nicht einmal darauf achten, wie die Heiden ihre Götter angebetet haben, um dann zu sagen, okay, auf diese Weise werden wir jetzt auch Gott anbeten. Gott sagt, ich nehme solche Anbetung nicht an. Christus sagte, ihr dient mir vergeblich, weil ihr Gottes Gebote übertretet und sie durch menschliche Traditionen, ich möchte hinzufügen, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder dieses schreckliche Halloweenfest, was hier natürlich in Amerika gefeiert wird, aber mehr und mehr jetzt auch in Deutschland, in anderen deutschsprachigen Ländern, um die dadurch zu ersetzen. Vergeblich dient ihr mir, vergeblich betet ihr mich an, wie andere Übersetzungen es auch haben. Aber schauen wir uns jetzt diese Stelle an, was sie wirklich sagt. Die Stelle, die wirklich Bedeutung haben muss für uns. Nicht wie damals im Ersten Weltkrieg die französischen und deutschen Armeen am Weihnachtstag sich entschlossen haben, nicht zu kämpfen und dann nachdem Weihnachten vorüber war, haben sie weitergekämpft. Darum kann es nicht gehen. Es geht, wie ich sagte, um die Änderung der menschlichen Natur. Aber Christus muss zunächst einmal zeigen, was der richtige Weg ist. Und so lesen wir hier in Vers 4 von Jesaja Kapitel 9, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn daher geht, also natürlich sind das hier Armeestiefel, die beschrieben werden, und jeder Mantel durch Blut geschleift, das Elend, das Leid, der Tod, der durch Krieg erzeugt wird, der wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Alles das wird vernichtet, alles das wird ausgerottet werden, alles dies wird letztendlich ein Teil der Vergangenheit sein. Wir lesen ja auch, dass die Menschen nicht mehr Krieg lernen wollen, nicht mehr lernen werden, Krieg zu führen. Warum wird dies geschehen? Wieso wird dies geschehen? Wodurch wird dies geschehen? Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, oder derjenige, der durch den alles erschaffen worden ist, denn es heißt ja, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschuf. Der Friede, Fürst, hier wird von einem Fürsten gesprochen, der ein wahrer Fürst ist, ein wahrer Herrscher, nicht wie der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal, nicht wie der Fürst von Tyros, nein, hier geht es um den Friede, Fürsten, Jesus Christus, auf das seine Herrschaft, Vers 6, groß werde. Schauen Sie, groß werde, ein Prozess wird hier angesprochen. Die wird nicht im Anfang schon groß sein, wenn Christus zurückkommt, die wird groß werden, weil alle Menschen letztendlich entweder bekehrt werden oder diejenigen, die sich total weigern, dann letztendlich ausgerottet werden müssen, zu ihrem eigenen Guten, denn sie wollen ja nicht für alle Ewigkeit den Elend und Hass gegen Gott, gegen all das Gute leben. Aber seine Herrschaft soll groß werden und des Friedens kein Ende. Dazu wird es kommen. Und wie wir hier in Hesekiel 38 sehen werden, wird Gott eingreifen, um dies deutlich zu machen, damit die Menschen erkennen werden, damit Israel, das Haus Israel, das Haus Judah und alle Menschen erkennen werden, dass er Gott ist, der Herrscher, der alleinige Herrscher, über alle Lande, wie es heißt. Das Frieden ist kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun, der Eifer des Herrn Sebaoth. Gott ist eifrig dabei, dies zu bewerkstelligen, dies zu bewirken, es dahin kommen zu lassen. Aber wir sollen auch diesen Eifer haben. Wir werden zum Beispiel aufgefordert, lasst ihm keine Ruhe, heißt es, lasst Gott keine Ruhe, betet zu ihm, bis er das Heil aufrichte. So auch für die Stadt Jerusalem, weil ja letztendlich Christus von Jerusalem aus herrschen wird. Tun Sie dies. beten Sie täglich, dein Reich komme, aber nicht nur als Floskel, nicht nur so als lapidare Aussage, sondern verstehen Sie, was Sie dann auch beten. Dein Reich komme. Warum? Weil es nur das Reich Gottes ist, das überhaupt die Möglichkeit hat, Frieden zu bringen. Nur allein durch das Reich Gottes hier auf Erden wird es zu Frieden kommen. Die menschlichen Versuche seit 6000 Jahren, Frieden zu bringen, haben alle total versagt und werden weiterhin versagen. Der arabische Frühling ist der größte Blödsinn, den es gegeben hat, die Idee, dass die westlichen Länder dies unterstützt haben, die haben ein Frankenstein-Monster für sich geschaffen. Es wird weltweite Kriege geben, wie wir lesen. Wenn Christus nicht zurückkommen würde, würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber er wird zurückkommen, um diesem Wahnsinn des Krieges ein Ende zu bereiten, um zu beginnen, die menschliche Natur in eine göttliche Natur umzuwandeln, mit unserer, mit der Hilfe der Menschen, mit unserer Hilfe, weil wir unter Christus herrschen werden, wenn wir im Reich Gottes sein werden und wir werden dann den anderen helfen, dass die eben auch es erlauben, dass ihre menschliche Natur, ihr steinernes Herz, ihr Herz aus Diamant verändert werden kann, in ein Herz aus Fleisch, das biegsam ist, das wie der Ton in der Hand des Töpfers biegsam sein wird. Also schauen wir uns eine weitere Stelle an, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt, in Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60, die Verse 10 und 11. Jesaja Kapitel 60 und die Verse 10 und 11. Wir hatten gelesen, es wird keine Mauer mehr geben im Buch Ezekiel, aber wir müssen das richtig verstehen. Es geht hier um Mauern, die Schutz bringen sollen. Denn hier geht es in Vers 10 doch darum, dass es tatsächlich Mauern geben wird, aber warum? Zum Schmuck, nicht zum Schutz. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Und jetzt wird gesagt, warum diese Mauern, diese Tore existieren werden. Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden. Es geht also nicht darum, hier Mauern zu bauen, weil man jetzt Angst hat vor anderen Völkern. Ganz im Gegenteil, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Und dann lesen wir auch Vers 18. Man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen heil und deine Tore sollen Lob heißen. Und schauen wir uns auch Saharia an in Kapitel 2. Saharia Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 8 und 9. Saharia Kapitel 2 und die Verse 8 und 9. Sprich zu ihm. Saharia Kapitel 2 und Vers 8. Lauf hin und sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird, aber auch hier wiederum, letztendlich wird es sogar auch dazu kommen, dass es dann in Jerusalem keine Mauern mehr geben wird, aber in den Ländern schon. Aber hier, schauen Sie, schauen Sie, warum es keine Mauern mehr geben soll zum Schutz. Es geht um den Schutz. Doch ich, sagt Gott hier in Vers 9, ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Gott wird diese herrliche Mauer sein. Gott wird derjenige sein, der das gelobte Volk im gelobten Land beschützen wird. Es geht um diesen Schutz hier, von dem auch Ezekiel spricht. Der Fürst von Rosch, Mesich und Tubal, der hatte das noch nicht erkannt, dass es hier, obwohl es da jetzt vielleicht keine Mauern gab, die geschlossen sind, die Tore, die geschlossen sind, ist gleichwohl ein Schutzbestand. Aber der sah das nicht. Der sah das nur von der menschlichen Warte. Wie auch heute die Armeen, die Krieg führen, ja doch gar nicht an Gott denken, gar nicht daran denken, dass Gott irgendetwas mit dem zu tun haben könnte, was hier auf Erden geschieht, dass Gott hier einen Plan verrichtet und durchläuft, ausarbeitet. Nun, viele prominente Führer haben zwar Lippenbekenntnisse abgegeben. Ich glaube, es war Winston Churchill, der einmal gesagt hat, der muss in der Tat blind sein, der nicht erkennen kann, dass hier der Plan Gottes auf Erden ausgeführt wird. Aber auch er hatte natürlich kein richtiges Verständnis vom Plan Gottes. Und so haben andere Führer auch dies hin und wieder gesagt, aber nie so recht verstanden. Und dieser zukünftige Fürst, der hat es auch nicht verstanden, wird es auch nicht verstehen. So lesen wir weiter jetzt in Vers 12, wie es weitergeht. Der sagt hier also, das ist jetzt ein Land ohne Mauern. Die haben weder Riegel noch Tore. Mit anderen Worten, die sind, die fühlen sich sicher. Die brauchen keinen physischen Schutz. Vers 12, die Gedanken kommen, damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind. Also hier auch wiederum klar die Bezugnahme auf den Beginn, nicht das Ende des Millenniums, denn da sind die ja schon lange bewohnt worden und lange aufgebaut worden. Und an das Volk, Vers 12, das aus den Heiden gesammelt ist und sich Vieh und Güte erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt. Vers 13. Saba, Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle seine Gewaltigen werden zu dir sagen, bist du gekommen zu rauben und hast du deine Heerhaufen versammelt zu plündern, um Silber und Gold wegzunehmen und Vieh und Güter zu sammeln und große Beute zu machen? Schauen Sie, darum geht es. Das sind die bösen Gedanken, die jetzt zunächst einmal in dem Gehirn dieses Fürsten von Rosch aufsteigen und der jetzt alle anderen unter seiner Führung dazu überzeugt und dazu bringt, ihm zu folgen. Die wollen kommen, um zu rauben. Die wollen Gold, Silber und all das, was an Reichtum, wir hatten ja gesehen, dass die Könige ihre Reichtümer nach Jerusalem bringen werden, alles das, was jetzt da sein wird, das wollen die denen wegnehmen. Eine satanische Gedankenfolge. Aber Satan ist mittlerweile im Gefängnis, kann die Menschen nicht mehr verführen, aber deren menschliche Natur ist nach wie vor vorhanden. Ihre Gelüste sind nach wie vor vorhanden. Es heißt ja, dass Christus zu den Menschen damals gesagt hat, die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Und so wollen sie nach wie vor dies tun. Sie wollen also Silber und Gold rauben. Aber eine interessante Stelle findet sich in Jesaja Kapitel 13. Schauen wir die uns kurz an. Es geht nämlich hier um die modernen Russen. Die sind in der Bibel hauptsächlich als die Meder identifiziert. Die Menschen aus der Ukraine und aus Russland. Aber wenn die einen Angriff starten gegen Europa, der noch kommen wird, ich hatte dies in einer Predigt über die Zerstörung Europas näher beschrieben, dann haben die ganz andere Motivationen. Dann geht es nicht darum, deren Gold und Silber zu erhalten. Jesaja Kapitel 13 und Vers 17 sagt uns nämlich folgendes. Jesaja 13 und Vers 17. Gott sagt, ich will die Meder gegen sie erwecken. Das moderne Babylon. Das moderne babylonische System der zehn europäischen Gruppen oder Länder, die sich zurzeit in Europa formen, die werden wir ja wissen, ihre Herrschaft für eine Stunde, wie es heißt, ungefähr dreieinhalb Jahre an das Tee übertragen. Aber Russland und eine Konfederation der Könige des Ostens, wie wir im Buch der Offenbarung lesen, die werden gegen Europa vorgehen. Und so lesen wir in Vers 17, denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen. Nicht zu dem Zeitpunkt, warum. Und scheinbar, weil sie genug davon haben. Aber wenn dieser Angriff startet, in Hesekiel 38, haben sie scheinbar nicht mehr genug davon. Andeuten, dass es möglicherweise einer absoluten, weltweiten Wirtschaftskatastrophe kommen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach, durch diesen weiteren Krieg, der kommen wird, der alles vernichten und zerstören wird. Und jetzt wollen sie wieder Gold und Silber, Reichtümer erwerben. Und sie meinen, ja, nun können wir gegen das gelobte Land ziehen, denn die haben jetzt ja genug. Gegen die gehen wir jetzt vor. Hesekiel 38, Vers 14. Darum so weissage, du Menschenkind, und sprich zu Gok. So spricht Gott, der Herr. Ist es nicht so? Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen. Israel wird sicher wohnen. Warum wird Israel sicher wohnen? Nun, sie werden sich nicht mehr auf Kriegführung verlassen. Sie werden sich auf Gott verlassen. Sie werden diese feurige Mauer erkennen, die um sie gelagert ist. Wie zum Beispiel auch damals im Alten Testament, das eine sehr schöne Episode gibt, wo ich glaube, es war Elisha und sein Knecht, die waren von Armeen umzingelt. Aber der Elisha, der sah etwas, was der Knecht nicht sehen konnte. Der sah nämlich, dass seine ganze Umgebung von Engelwesen belagert war, von Engeln mit feurigen Rossen. Und er betete dann zu Gott und sagte, lass meinen Knecht auch sehen, Gehasi, was ich sehe. Und dann wurden dem Knecht die Augen aufgetan. Und er sah jetzt die Armee der Engel, die da waren, sie zu beschützen. Etwas ähnliches wird hier berichtet. Gott wird eine feurige Mauer um Jerusalem aufbauen, sodass Jerusalem nicht eingenommen werden kann. Von niemandem. Er wird ihr Schutz sein. Er könnte auch heute bereits der Schutz unserer Nationen sein. Wenn wir friedlich leben würden, wenn wir so leben würden, wie Gott es von uns erwartet. Er kann bereits heute ihre feurige Mauer sein, wenn sie ihn in ihr Leben einlassen wollen. Und wenn sie so leben wollen, wie er es will. Zacharja Kapitel 9. Lesen wir Zacharja Kapitel 9. Und lesen wir Vers 10. Zacharja Kapitel 9 und Vers 10. Das ist das, was Gott tun wird, wenn er zurückkommt. Zacharja Kapitel 9 und Vers 10. Ich will die Wagen wegtun aus Ephraim. Kriegswagen sind damit gemeint. Ephraim, das heutige Großbritannien hauptsächlich, aber auch Kanada, Australien, Neuseeland. Ich will die Wagen wegtun aus Ephraim. Und die Rosse, Kriegsrosse, Panzer könnte man heute sagen, aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Frieden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Der muss das denen gebieten. Zunächst einmal sind sie nicht bereit, Frieden zu haben, Frieden zu leben. Und wie wir ja sehen in diesem Buchesekiel 38, dieser König von Rosch, Mäßig und Tuban und die Armeen, die ihm folgen, die sind keineswegs bereit, in Frieden zu leben. So Gott wird denen Frieden gebieten. Ich will denen Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird sein, letztendlich, dieser Prozess wird hier wieder angedeutet, von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das wird das Endresultat sein, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird. Aber die Menschen müssen dahin gebracht werden, dies zu akzeptieren. Lesen wir weiter. In Vers 15. Und wirst kommen aus deinem Ort, vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross, ein großer Heerhaufe, eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke. Hier wird klar gesagt, gegen wen es geht. Es geht gegen das Volk Israel, aber nicht nur die Juden, sondern das gesamte Volk Israel, das aus dem Haus Israel und dem Haus Judah besteht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen. Sie, darum geht es zunächst einmal. Dass die Heiden jetzt erkennen, dass Gott Gott ist. Gott lässt dies alles zu, um den Heiden, den Nicht-Israeliten, eine Lektion zu erteilen, um sich ihnen deutlich zu machen. Damit die Heiden erkennen, oder mich erkennen, wenn ich an dir Gorg vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Gott erlaubt dies am Ende der Zeit, damit die Völker ihn erkennen sollen. Etwas ähnliches war bereits im Zeitpunkt geschehen, als Gott Israel aus Ägypten führte. Schauen wir uns kurz 2. Mose Kapitel 9 an. 2. Mose Kapitel 9 und Vers 16. 2. Mose Kapitel 9 und Vers 16. Da sagt nämlich Gott folgendes zu Pharao. Der Pharao ist auch in gewisser Weise ein Vorläufer zu diesem Fürsten von Rorsch, Mesich und Tubal. Denn er sagt zu dem Pharao, dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Und wir lesen viele Stellen, auch später werden wir sie noch lesen, in künftigen Predigten, in der nächsten Predigt, dass Gott alles dies auch mit Ägypten so getan hat, es erlaubt hat, um sich zu verherrlichen. Schauen Sie, Gott hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder den Menschen gegenüber deutlich gemacht. Im Römerbrief heißt es, dass die sogar keine Entschuldigung haben. Gott hat sich durch seine Schöpfung offenbart. Aber jetzt kommen gottfeindliche Evolutionisten, Theoretiker, die eine gottfeindliche, gotteslästerliche, atheistische Lehre verkünden und Gott sagt, ihr seid zu Narren geworden. Ihr habt die Philosophie dieser Welt angenommen. Ihr verleugnet Gott durch eure Ideen. Ihr gebt Gott nicht die Ehre, er gebt ihm nicht Dank und ihr seid dahin gekommen, dass ihr in eurem Herzen verfinstert wurden. Aber Gott wird eingreifen, er wird zeigen, dass er herrlich ist, dass er der Gott der ganzen Menschheit ist. Und er lässt dies hier zu. Hesekiel 38, fahren wir vor, den Vers 17 zu lesen. Hesekiel 38, Vers 17, so spricht Gott der Herr. Du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe durch meine Diener, die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen wollte. Schauen Sie, heute wird dies auch verkündigt, zum Beispiel durch diese Predigt, dass dies geschehen wird. Es wird ein Herrscher in China sich erheben, der in Kooperation mit Russland und anderen fernöstlichen Ländern eine Heeresmacht haben wird, die dann letztlich, wenn Christus zurückgekommen ist, gegen Israel, gegen das gelobte Land vorgehen wird. Und es wird geschehen zu der Zeit, Vers 18, wenn Gott kommen wird über das Land Israels, spricht Gott der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen. Und ich sage in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns, wahrlich zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israels. Ein Erdbeben im Lande Israels zu Beginn des Millenniums. Das wird noch kommen. Gott lässt es zu, um sich herrlich zu erweisen an allen oder an diesen Völkern hier, damit alle Völker es begreifen können. Das wird denen helfen, zur Bekehrung zu kommen. Dass von meinem Angesicht, Vers 20, erbeben sollen die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und bewegt auf dem Lande und alle Menschen, die auf der Erde sind. Und die Berge sollen niedergerissen werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen. Nun schauen wir uns kurz an, was wir bereits in früheren Predigten gesehen haben. Und ich will jetzt hier nur darauf verweisen, aber in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 3, und das hatten wir bereits gesehen. Wird davon gesprochen, dass alle Fische im Meer sterben werden. Und nicht nur alle Fische im Meer, sondern andere Stellen der Offenbarung zeigen auch, dass sogar alle Süßwasserfische, alle Lebewesen sterben werden. Aber hier geht es um die Fische im Meer. Die werden alle sterben. Wird eindeutig dort gesagt. Hier nun in Ezekiel 38, in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, Vers 20, wird wiederum von den Fischen im Meer gesprochen. Es wird also wieder Fische im Meer geben zu dem Zeitpunkt. Wie ist das zu erklären? Nun, einfach dadurch, dass Gott erneut Fische im Meer schaffen wird, erschaffen wird, wenn Christus zurückkommt. Wie Gott vielfach im Laufe der Geschichte Tiere erschaffen hat, zu unterschiedlichen Zeiten. Er hat Tiere erschaffen vor, lange vor der Erschaffung des Menschen. Ich meine, Dinosaurier gab es lange, bevor es Adam und Eva gab. Aber durch den Aufstand Luzifers gegen Gott, Satans gegen Gott, wurde die Erde ja wüst und leer, wie wir lesen. Sie wurde wüst und leer, wie es heißen sollte im Hebräischen und dann auch im Deutschen. Und die Erdoberfläche wurde dann von Gott erneuert innerhalb von sechs Tagen. Und es war zu dem Zeitpunkt, wo Gott erneut Tiere schuf, die wir hauptsächlich heute so noch haben, und den Menschen. Er hat nicht wiederum die Tiere erschaffen, die vor der Zeit von Adam und Eva lebten. Im Großen und Ganzen sind die Dinosaurier, wie es heißt, ausgestorben. Die wurden durch diesen Krieg, diesen satanischen Krieg gegen Gott vernichtet. Nun, wie lange die vorher gelebt haben, wie viele Millionen Jahre zuvor die Erde existiert hatte, wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Und dann lesen wir auch später im Laufe der Geschichte, dass Gott Tiere erschuf. Es heißt zum Beispiel, dass er einen, ein Ungeheuer erschuf im Buch Jona, das dann Jona verschlang. Das hat er scheinbar in dem Augenblick erschaffen. Und so gibt es verschiedene Stellen, die das zum Ausdruck bringen. Und hier wird es auch wieder zum Ausdruck gebracht, indirekt, dass Gott hier Fische im Meer erschaffen muss, die ja dann existieren werden, weil sie ja vor der Wiederkunft Christi alle vernichtet worden sind. Und dann wird hier auch von Bergen gesprochen, hier in diesem gleichen Vers. Die hatten bereits in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 20 gesehen, dass es ein Erdbeben geben wird zur Zeit der Wiederkunft Christi, wo es heißt, dann alle Berge werden nicht mehr gefunden werden. Nun, das muss bedeuten dann, dass sie nicht mehr an dem Ort gefunden werden, wo sie einmal waren. Wir haben heute bereits schon erkannt, dass durch Erdbeben zum Beispiel Inseln an einem anderen Ort verrückt worden sind. Aber dieses Erdbeben, das dann kommen wird zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, das ist nicht das Gleiche, was hier beschrieben wird. Das wird so gewaltig sein, wir lesen ja, es hat es noch nie gegeben. Es wird eine solchen gewaltige Ausmaß haben, dass, wie gesagt, sogar die Berge von ihrer Stelle verrückt werden. Das nur nebenbei. Jetzt weiter in Ezekiel Kapitel 38 und Vers 21. Und ich will über ihn das Schwert herbeirufen. Auf allen seinen Bergen spricht Gott, der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen erhielt. Also wie wird Gott jetzt umgehen? Wie wird er seinen Schutz gegenüber dem Volk Israel erweisen? Indem er es dazu bringt, dass sich die Menschen in dem Heer, dieses Fürsten, selbst gegeneinander bekämpfen. Auch das hat es häufig gegeben in der Bibel, wird das mehrfach erwähnt, in der Vergangenheit. Es wird aber auch zum Beispiel erwähnt, dass es in der Zukunft stattfinden wird, im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Schauen wir uns kurz nach Haie Kapitel 14 an. Aber wie gesagt, es gibt andere Stellen, wo das auch deutlich wird, dass Gott die Menschen dahin bringt, die Feinde seines Volkes, seine Feinde, sich gegenseitig umzubringen, zu zerfleischen. Sahaja Kapitel 14 und Vers 13. Da lesen wir nämlich etwas ähnliches. Zu der Zeit, wenn Christus zurückkommt, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen, wie es heißt, wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen, denjenigen, die jetzt gekommen sind, gegen Christus zu kämpfen. Der wird eine große Verwirrung unter denen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Also auch dann wird das geschehen. Auch in der Zukunft, wenn der Fürst von Rosch, Mesich und Tubal kommen wird, wird das geschehen. Die werden sich gegenseitig bekämpfen. Israel braucht nicht zu kämpfen. Israel wird auch hier wiederum eine Lektion erhalten. Diejenigen, die vielleicht noch nicht so überzeugt davon sind, dass man vielleicht doch nicht in den Krieg ziehen muss, die werden deutlich sehen, Gott wird für sie kämpfen. Wie damals Gott für sie kämpfte, als sie aus Ägypten herausgezogen waren, als sie vor dem Roten Meer standen und das Rote Meer hat sich gespalten und sie konnten hindurch gehen, wie auf trockenem Boden. Und als dann die Ägypter versuchten es zu tun, wurden sie von dem Meer ersäuft. Und Mose sagte ihnen, Gott wird für euch kämpfen. Ihr werdet stille sein, oder wie es auch übersetzt werden kann, ihr werdet euren Frieden behalten. Eine Lektion, die der Mensch nie gelernt hat in diesem Leben. Deswegen haben wir Kriege, deswegen haben wir Kriegsdiskussionen, deswegen meinen wir, wir müssten was tun. Frieden zu bringen, hat noch nie geklappt, wird nie klappen, solange wie der Mensch die Dinge in den Händen hat. So wird Gott umgehen, aber er wird noch mehr tun. Ezekiel 38 und Vers 22. Und ich will ihn richten mit Pest. Auch das wird Gott zulassen. Ich will ihn richten mit Pest und Blut vergießen. Und will Platz regen mit Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. Wie damals Gott Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra heruntergeschüttet hat, wird er es wieder tun. Er wird auch mit Pest und anderen Dingen, wie zum Beispiel Hagel, gegen sie vorgehen. Er wird diese Armee total vernichten. Alle werden es sehen, alle werden erkennen, dass Gott der wahre Herrscher ist über diese Erde, dass er es nicht mehr zulassen wird. Bis auf eine Ausnahme, auf die wir in der nächsten Predigt noch zu sprechen kommen werden. Er wird es aber grundsätzlich nicht mehr zulassen, dass Menschen Kriege führen. Das sollte uns heute doch etwas sagen. Wir sollten doch heute auch erkennen, wie ungöttlich, wie satanisch es ist, wenn unsere Führer unsere Kinder nehmen und sie zum Kanonenfutter vorbereiten für Kriege. Aber die menschliche Natur, von Satan beeinflusst, sieht es eben anders. Und wir sind alle so verführt, so verführt, dass wir einfach nicht begreifen, wie absolut ungöttlich Kriegführung ist. Kriegführung durch Menschen. Man hätte gemeint, dass diese unglaublichen, schrecklichen Kreuzzüge des Mittelalters uns etwas gelehrt hätten. Die unglaublichen Ereignisse im ersten und zweiten Weltkrieg uns etwas gelehrt hätten. Die Bibel sagt, es hat absolut nichts gebracht, denn der Mensch wird sogar in einem dritten Weltkrieg versuchen, sich gegenseitig zu vernichten. Wenn Gott kommt, wird alles dies, all dieser Wahnsinn, dieser satanische, dämonische Wahnsinn, ein Ende haben. Danken wir Gott, dass es bald geschehen wird. Beten wir zu Gott. Lassen wir ihm keine Ruhe, bis er das Reich Gottes hier auf Erden errichtet. Bis er seinen Sohn zurückschickt, um das Reich Gottes hier zu errichten. Hier geht Gott mit einer Pest vor. In Sahaja Kapitel 14 und Vers 17 lesen wir eine andere Strafe, die er gewissen Völkern bringen wird, die sich weigern, zum Beispiel das Lapittenfest zu halten. Auch da sagt man heute, ja, das braucht man ja nicht mehr halten, das sind ja diese alten jüdischen, jährlichen Festtage, die sind ja für heute uns nicht nicht mehr verbindlich. Nun, Gott sieht das ganz anders. Und im Millennium wird er darauf bestehen, dass jeder das Lapittenfest hält. Und das wird einige wieder geben, wie auch heute, die sagen, ja, das brauchen wir ja nicht zu tun, wir sind ja keine Juden. Ich meine, die Festtage, die heiligen Festtage waren ja nie für die Juden gegeben worden, sondern für die Israeliten. Und wenn sie ein Christ sind, sind sie heute ein geistlicher Israelit, nebenbei gesagt. Aber hier in Sahaja Kapitel 14 und Vers 13 lesen wir, oder vielmehr, das hatten wir gelesen, lesen wir in Vers 16. Sahaja 14, Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, die werden jährlich heraufkommen, letztendlich, letztendlich. Um anzubeten, den König, den Herrn Sebaoth und um das Lapittenfest zu halten. Warum sagt das Gott hier zu Ende des Buches Sahaja etwas, was in der Zukunft geschehen wird, wenn die Idee besteht, dass man das nicht mehr zu halten braucht, dass das abgeschafft sei. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten, den König, den Herrn Sebaoth, über den wird es nicht regnen. Schauen Sie, das wird die Strafe sein, die Gott zunächst einmal über solche Völker bringen wird. Die werden keine gute Ernte haben. In dem Falle von Hesekiel 38 musste Gott in großer Schärfe vorgehen. Das waren absolute Rebellen, die jetzt versuchen wollten, die Israeliten zu vernichten, deren Land in Besitz zu nehmen, von denen alles zu rauben. Aber hier ist das nicht notwendig, dass auf diese Weise vorgegangen wird. Wir sehen also hier die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit und die Diskretion, mit der Gott vorgeht. Er sagt, über die wird es nicht regnen. Vers 18, und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Lapittenfest zu halten. Was ist die Plage? Wir hatten es gerade gesehen, über die wird es nicht regnen. Es wird dann eine schlechte Ernte für die geben. Wiederum, die Strafe ist abhängig von der Tat und auch von der Motivation. Und einige, die brauchen eben keine so starke Strafe, andere brauchen stärkere Strafen, um zur Besinnung zu kommen. In diesem Falle war eine absolut schnelle, wichtige und durchgreifende Strafe im Buchesekiel 38 notwendig. Und so lesen wir jetzt zum Abschluss der heutigen Predigt, Vers 23, den letzten Vers im 38. Kapitel. Wir werden dann in der nächsten Predigt mit Kapitel 39 fortfahren. So, Vers 23, nachdem alles dies so geschehen ist, wie es hier beschrieben wird, so will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Viele Heiden sollen erfahren, dass Gott der Herr ist. Und auf diese Weise werden sie diese Erkenntnis erlangen. Als Parallelstelle schnell noch 2. Mose Kapitel 7. Wie ich bereits schon gesagt habe, das war damals im Falle von Ägypten ähnlich. Da hat auch Gott das so getan. Hätte es ja auch ganz anders tun müssen. Es war ja keine Notwendigkeit, dass er jetzt diese 10 Plagen über Ägypten ausschüttete. Er hat alles getan aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen. Hier ist eine davon. 2. Mose Kapitel 7 und Vers 5. 2. Mose Kapitel 7 und Vers 5. Er sagt, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Und dann auch in Kapitel 14, 2. Mose Kapitel 14 und Vers 18, wo es heißt, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Die Ägypter sollen dies erkennen. Nun, die meisten sind da natürlich gestorben im Roten Meer, werden aber in der zweiten Auferstehung wiederkommen, werden sich an alles das erinnern können, was geschehen ist. Und hier das gleiche gilt in Ezekiel 38 für diese Gok und Magok Scharen. Diejenigen, die jetzt umkommen, die werden ja auch wieder auferweckt werden in der zweiten Auferstehung. Die werden ebenfalls erfahren und werden dann erfahren haben und erkannt haben, wenn sie wieder hochkommen, dass Gott der Herr ist. Und andere, die das hören, die werden es auch erfahren und auch erkennen. Und so lesen wir im Anschluss oder zum Abschluss jetzt Jesaja Kapitel 66. Jesaja Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Schauen Sie, wenn Gott etwas tut, dann ist das wohlgetan, wie das alte Kirchenlied es sagt. Es ist richtig. Was Gott tut, ist wohlgetan. Gott weiß genau, warum er es tut. Wenn Sie Probleme haben in Ihrem Leben, dann fragen Sie sich, ob da irgendwie Gott Ihnen etwas zeigen will. In den meisten Fällen ist das so. Nun, es kann sein, dass Gott Ihre Stärke prüfen will. Es kann aber auch sein, dass da Probleme in Ihrem Leben herrschen, die Sie ausmerzen müssen. Und wie der Hiob das ganze Buch hindurch, das nicht erkannt hatte, was sein Problem war, bis ganz zum Schluss. Manchmal ist es schwer, sich selbst zu sehen. Es ist sehr leicht, andere zu sehen, die Fehler andere zu sehen. Aber es ist so, wie Jakobus es sagt, wenn man sich vor den Spiegel stellt, dann sieht man sein Gesicht und dann geht man weg und dann vergisst man, wie man war. So sind die, die das Gesetz hören, aber es nicht tun. Ja, dieses schreckliche Gesetz. Christus kam doch, das Gesetz abzuschaffen. Das höre ich immer und immer wieder. Ich bin jetzt frei in Christus. Ich bin frei zu tun, was ich will. Ja? Wenn Sie sündigen, sind Sie nach wie vor ein Knecht der Sünde, haben nicht die Freiheit Christi erlangt. Die Freiheit Christi hat Sie von der Sünde und der Strafe des Todes befreit. Aber nicht dazu, dass Sie jetzt weiter sündigen. Wie Paulus sagte, sollen wir mehr sündigen, dass die Gnade umso mächtiger werde, deren Verurteilung, deren Verdammnis sei gerecht. Es geht darum, dass wir frei geworden sind von der Sünde und Knechte Christi geworden sind. Knechte der Gerechtigkeit und alle Gebote Gottes werden als Gerechtigkeit definiert. Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken. Und ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten. Und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Meshech und Rorsch, nach Tubal und Javan. Alle diese Länder hier werden mit eingeschlossen, von denen wir gerade in Sekiel 38 gehört haben. Schauen Sie, die Armeen, die werden zwar vernichtet werden, aber es werden ja noch Völker dort leben. Menschen. Und die werden jetzt davon Kenntnis erlangen. Gott wird jetzt Missionare sozusagen dort hinschicken, um denen das zu erzählen, um denen das begreiflich zu machen, was hier geschehen ist, wie Gott sich herrlich erwiesen hat. Und es heißt hier, und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat, aber dann wird man von Gott hören. Und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, dann werden sie von Gottes Herrlichkeit hören und sie sehen. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Vers 21. Oder vielmehr Vers 20. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk, auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren nach Jerusalem, zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie Israel die Opfergaben in reinem Gefäße zum Hause des Herrn bringt. Vers 21. Und ich will auch aus ihnen Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr. Die werden dann ebenfalls ausgebildet werden, dann zurückzukehren in ihre Länder und Gottes Herrlichkeit und Wahrheit zu verkünden. Das ist Teil des Planes Gottes, wie er alle Menschen letztendlich zu seiner Wahrheit führen wird. Im Millennium und dann auch während des großen weißen Throngerichtes. Nun, nicht alle werden es akzeptieren, aber alle werden die Gelegenheit haben. Ich höre immer wieder die Frage, was geschieht mit all denen, die gestorben sind, ohne Christus gekannt zu haben, die zwar gute Menschen vielleicht waren, aber sind die nicht auch im Himmel? Nun, zunächst einmal niemand fährt ihren Himmel. Nein, die sind auch in der Erde, aber die werden nicht in der ersten Auferstehung sein, aber sie werden die Gelegenheit erhalten, in der zweiten Auferstehung sich für den Weg Gottes zu qualifizieren und dann ein ewiges Geistwesen in der Familie Gottes zu werden. Das ist der herrliche Plan Gottes. Allen Menschen wird diese Gelegenheit gegeben werden. Wir brauchen uns nicht auf Auspflichte herausreden und irgendwelche Alternativen anbieten, um dann jemanden, der kein Christ ist, doch noch irgendwie den Himmel zu transponieren. Nein, Gott hat seinen Plan und er wird einem jeden die Gelegenheit geben, Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser anzuerkennen, sein Opfer anzunehmen, Vergebung der Sünde zu erlangen, den Heiligen Geist zu erlangen, sich zu qualifizieren, um dann im Reich Gottes und der Familie Gottes zu sein. Das ist der herrliche Plan. Dies, was wir heute in Ezekiel 38 gelesen haben, dient diesem Plan, damit Gott sich verherrlichen kann an allen Völkern, damit sie erkennen werden, wer und was Gott ist und dass sie eben teilhaben können letztendlich an der Gottfamilie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!